habe ich das richtig gesehen dass du schon wieder mit dem skelettschlappanzug herumläufst richtig hast du das gesehen warum du siehst den schlappanzug nicht mehr an weil ich im moment in dem hier mich sehr wohl fühle ach ja und wo ist der schlappanzug in meinem bett was macht er da schlafen du auch ne ich auch ja dreh dich mal um da ist die ivy noch mal 45 grad weiter ist die roma oh ja happy birthday to me sieht so aus ist das noch mal kam heute an wir haben es noch nicht ausgepackt die karte ist dabei hier muss ich mal schauen lieber lolli ich wünsche dir alles liebe und gute zu deinem geburtstag leider kann ich dich nicht besuchen deshalb schicke ich dir jemand anderes vorbei ist ja auch gar keine große ist natürlich für das doch welche bierdose die habe ich in den kühlschrank gelegt die habe ich aus dem paket raus wo ist denn der gaston der ist im wohnzimmer warum hab einen tollen tag und bestellen mama papa und allen anderen ganz liebe grüße grüß tanja vielen dank liebe tanja da bin ich ja mal gespannt wen du vorbeischickst um mit mir party zu machen ja von vorne bitte zu meinem geburtstag da ist geschrieben ich muss ja eigentlich ich muss ja eigentlich muss ja eigentlich auch gleich noch ein stinzchen machen für wen einmal nachträglich ich mach das mal für dich auf und einmal für den präsel jetzt bin ich jung gekippt oh mein gott ich nehme auf ivy 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 du tauben nuss die hört nix sag mal hallo zu meinen freunden da draußen rennt wahrscheinlich oder geht der pupi umher weil sie spürt die vibrationen und da pupi etwas dumpf läuft spürt sie das vielleicht hast du einen schutzengel bekommen einen oh eine schneekugel ja das ist ja mal cool eine schutzengel schneekugel steh mal dann zu den anderen da drüben da stehen schon ein paar ja da stehen schon da stehen aber nur da drüben stehen nur die städte schneekugeln die anderen die stehen deiner vitrine genau weil ich habe das strikt getrennt ja vielen herzlichen dank tanja dankeschön und jetzt möchte ich bitten dass mal die stefanie raschen und der präsel aubert ich soll stellvertretend was in empfangen ich soll stellvertretend was in empfangen hast du eben gesagt das bier ist im kühlschrank im kühlschrank das kann sich der gaston dann auch selber holen aber du kannst mal stellvertretend für den gaston mit mir ein stänzchen singen für die steffi also wir müssen jetzt dann steffi und präsel in einem lied singen in einem lied aber oder ne wenn du sagst wir müssen nachträglich was machen müssen wir erst die nachträglichen machen ok dann machen wir jetzt alles gute für dich mach schnell ich werde schon wieder etwas schläfrig ok mii 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 hallo ja bin da gut mach auch mii 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 na gut ok aber ich hab das noch nie gemacht alvie ist gottseidern taub können wir jetzt singen wie wir wollen was singen wir denn alles gute für dich für die stefanie alles gute für dich stefanie fertig ist was gut nein alles gute für dich alles gute für dich alles gute für dich alles gute liebe stefanie alles gute für dich alles gute für dich so das happy birthday ist doch nachträglich das singen wir doch happy birthday oder nicht das happy birthday das singen wir jetzt für ein präsel alles gute für dich alles gute für dich alles gute für dich alles gute liebe steffi bitte alles gute nein happy birthday lieber präsel 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 ja alles gut alles stopp happy birthday to you heißt das happy birthday stopp alles gut stopp auf drei eins zwei drei happy birthday zusammen du hast doch gesagt happy birthday zusammen du hast doch gesagt happy birthday zusammen wir singen zusammen happy birthday achso ja auf drei also ich zähle bis drei und dann singen wir zusammen happy birthday nur das lied happy birthday lieber präsel ja gut also nochmal eins zwei drei happy birthday to you happy birthday to you happy birthday lieber präsel ich hab mich verschluckt ich hab mich verschluckt ich hab mich verschluckt wir müssen nochmal ich hab mich verschluckt ich bin fertig happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday lieber präsel in strittvertretung von gaston happy birthday to you alles gute wollte ich dir noch wünschen ich weiß zwar nicht wie du bist aber alles gute alles gute nach rosenheim und grüß bitte die andrea werner und vergi wir sehen uns hoffentlich mal wieder du olle möhre hör mal tschüssi kowski aus rosenheim da kommen die kopf her ja und der präsel und der präsel und die andrea und der werner und die vergi die wohnen da bei den kopf nein in rosenheim sag ich doch ich 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 n n